So, unsere Ananas oder Palme, was immer das sein soll, mit der haben wir viel Spaß, die haben wir für einen Trick heute gebraucht. Normalerweise brauchen wir die nicht, aber heute, sonst hätte nämlich ein bestimmter Trick nicht funktioniert. Das ist unglaublich, dass wir jetzt so ein Ananas, die ist sehr vielseitig verwendbar. Vielen Dank.